Hey, Jons hier von newgadgets.de und gerade am Frankfurter Flughafen, denn gleich geht's nach London. Dort wird heute Nachmittag das HTC One vorgestellt, das neue Spitzenmodell von HTC, auch bekannt unter dem Namen HTC M7. Das war der damalige Codename. Wir hatten über das Smartphone bereits berichtet, die Gerüchte zu den technischen Daten, auch die angeblichen Bilder. Ich bin sehr gespannt, ob sich das Ganze jetzt bewahrheitet und was HTC da mit der Kamera vorhat, denn es gab ja schon einige Announcements, dass die Kamera etwas ganz Besonderes wird und das schauen wir uns dann an. Wie gesagt, heute Nachmittag geht's los. Es wird aber vorher natürlich auch nochmal einen Hinweis auf newgadgets.de geben, wann es dann ganz genau losgeht mit dem Live-Blog. Vergesst auch nicht, meinen YouTube-Channel zu abonnieren, damit ihr keines meiner Hands-On-Videos verpasst, denn ich werde versuchen, die natürlich als einer der ersten hochzuladen. Also, wir sehen uns dann heute Nachmittag, HTC One Vorstellung in London. Bis dann, ciao! Und jetzt hat's hier in Frankfurt auch gerade angefangen zu schneien. Ich hoffe, es kommt nicht zu Verspätungen, aber das Ganze findet ja am Nachmittag statt, also ist noch ein bisschen Zeit.